Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Ein Vorschlag von euch. Voodoo Bunker ist es gewesen und wir schauen an Was das Spiel ist. Voodoo Bunker ist ein simples Spiel um ein SWAT Team oder es geht darum ein SWAT Team zu kontrollieren. Lass uns die Basics lernen Du kontrollierst die Gruppe indem du ihnen Kommandos gibst. Tap on the cell to give them command and go there. Okay, das heißt ich drücke um wohin und die laufen alle dahin. You can see a door near SWAT Team. Tap anywhere in dark area to select it. So, die Tür stirren, reinkommen oder öffnen. Wir gehen rein. Grüne Einheiten sind Zivilisten. Sie sind nicht gefährlich. Dieser Zivilist ergibt sich. Er hat eine weiße Fahne. Er kapituliert. Tipp, tap on him to arrest. To finish the level just arrest all units. Okay, wir sollen also alle gefangen nehmen. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal da rein. Kommen hin. Nächsten Zivilisten. Das ist auch noch eine kleine Tür. Gehen wir auch mal rein. Nichts. Okay. Das ist ein großes Areal. Da würde ich denke ich rein stürmen. Hier würde ich sie mal öffnen. Was passiert dann? Nichts. Und hier stürmen wir. Storm. Check Spot. Das da. Okay, verstehen wir nicht richtig. Come in. Und los geht's. Ähm. Okay. Alles klar. Hier haben wir noch einen. Oder? Ne. Level Complete. Ich dachte ja so gestrichelt. Difficulty Easy Swat. Der hat keine getötet. Keine Zivilisten getötet. Und keine Suspekte. Also halt komische Menschen getötet. Oder Tote. Ähm. Du wirst auf deinem. In diesem Level halt auf Suspekte stoßen. Das heißt also wahrscheinlich böse Leute. Die sind derzeit dangerous. Gefährlich. Die beste Taktik ist. Die beste Taktik ist. Nicht geben ihnen die Chance zu schützen. Du kannst sie zeigen. Wie du bekommst. Wie du siehst. Wie du siehst. Okay. Jetzt zeigt er uns das. Mit dem Storm. Flash Grill. Das heißt erstmal eine Blendgranate. Gehen wir rein. Und los geht's. Du. Du. Ahja. Try to do the same thing with other rooms. Use Flash Grill before entering the room. Ahja. Okay. Das heißt wir sollen immer die Dings benutzen vorher. Hier haben wir sogar zwei Ausrufezeichen. Hier haben wir nur eins. Stürmen wir. Flash Grill auf das Ausrufezeichen. Check Spot dahin. Und los geht's. Das kann man sich vielleicht schenken können. Tim, Tim, Tim. Da sind sogar einen roten mit dabei. Ja. Da ist auch noch ein kleiner Raum. Ich denke da werden wir einfach. Naja. Stürmen wir mal. Wir können immer eine Blendgranate reinwerfen. Eigentlich ist es egal. Und scheinbar haben wir ja auch endlich Blendgranaten. Blendgranaten können keine Silvisten töten. Aber das sind zwei. Ne. Wahrscheinlich brauche ich zwei Blendgranaten. Oder eine reicht wahrscheinlich aus. Ah. Ist okay. Reicht. Uff. Durch die geschlossene Tür schmeißen wir eine Blendgranate. Level complete. Keine Toten. Die Granville Granate will reveal all available equipment. This level choose two more types of grenades. Each grenade has its own news. Also das heißt zwei neue Granaten bekommen wir und nach jedem Level gibt es einfach mehr und mehr Items die man nutzen kann. Wird da so immer und immer komplexer. Ich weiß nicht mal wie groß der Raum ist. Das wird mir nicht mal angezeigt. Storm. Eine Standgranate. Eine smoke granate. Also rauch granate, stun granate ist einfach betäuben. Und eine flash granate ist halt blenden. Schmeißen die mal da hinten hin. Stürmen rein und los geht's Okay Oh, da bin ich schon, fasziniert Ah, wie viele Räume gibt's denn hier Okay, da unten ist ein gefährlicher Woher auch immer wir das wissen Machen wir eine Stungranate rein Und stürmen das Ding Schade, dass die nicht mitnehmen können, dass die für mich kämpfen Das wäre ganz cool, so feindliche Übernahme und so Ach, geh einfach rein Komm ich da rein? Ah ja, tatsächlich Ein großes Areal, das werden wir aber erst später stürmen Erstmal gehen wir hier rein Machen wir dann Flashgranate rein Auf das Fragezeichen da rein und stürmen wir das Ding Das ist aber ziemlich hohl, weil wir keine Anzahl an Granaten haben Also ich weiß nicht Warum man keine Granaten nutzen sollte Warum sollte man nicht come in machen? Äh, warum sollte man nicht stormen machen? Dauert halt ein bisschen länger, aber ist halt so, ne? Oh, hab ich das am in, äh, Dings nicht gemacht Nochmal und come in Wir machen jetzt mal eine Smoke Grenade Also eine Rauchgranate Mal gucken, was die so macht Weil dann sehen wir nichts Und können die Leute entsprechend abballern Aber eigentlich dürften sie Hm Gibt überhaupt keinen Sinn Der Unterschied von den ganzen Granaten Aggressionen ist derzeit noch keinen Sinn Mal rot Hier haben wir rot, hier haben wir gelb, hier haben wir grün Sagen die Dinger irgendwas aus? Wahrscheinlich schon mal Stürmen wir das Ding Mal eine Flashgranate hier rein Eine Rauchgranate Da hin, damit die uns nicht sehen können Mal hier noch eine Stungranate Da hinten Schmeißen wir alle Granaten rein Und wir gehen rein Ich schmeißen Granaten rein Obwohl wir das gar nicht sehen könnten Komisch Zu Ende das Spiel Ist noch nicht vorbei Warum nicht? Habe ich noch einen übersehen Ah hier Der gibt sich noch Den habe ich nicht übersehen Das ist ja doof Dafür code die immer noch easy Jetzt haben wir vier davon Mit einem riesigen Areal Da machen wir gehen Was passiert Wenn wir reingehen Es ist völlig egal Alter Ich gehe trotzdem rein Und kill die alle Dann kann ich mir das ganze Granatengeschmeißen sparen Wenn ich die ehre die ganze Zeit Immer ins den Kille Also halt gefangen Nehmen Brauchst dir echt keine Gedanken machen Ja Dann kann man sich die Zeit am Anfang natürlich sparen Wenn man einfach nur reingeht Und darauf vertraut Dass das eigene SWAT Team Die Gegner alle Sofort killt Warum man sich nämlich nicht die Zeit Und Mühe machen Den Raum zu stürmen Total behindert Ah hier stürmen wir mal Machen wir eine Flashgranate rein Da sind zwei Gegner drin Oder zwei Unbekannte Level complete Das ging ziemlich fix Kriege ich auch mal ein schweres Oh Suspects will sometimes Wander around Also das heißt Die laufen rum Use blockers to stop them From doing that Blocker Also dafür da Dass die Tür Verschlossen ist Okay wir können direkt Wenn wir Wenn wir das Gebäude stürmen Können wir einen Blocker Mit dazu packen Damit die einfach verschlossen werden Die Türen Damit wir Wenn wir zwei Türen haben Nicht von zwei Seiten Gegner Tränen haben können Try to avoid going to central rooms Bevor all other rooms are cleared Okay dann wir sollen Erstmal die herum Clearen Bevor wir in einen Großen Raum gehen So wie hier Der ist riesig Den sollen wir erst einmal Die sollen wir erst einmal sichern Gehen wir rein Blocken die Tür hier unten Und los geht's Na so kommt schon langsam Ein bisschen mehr Taktik mit rein Als das was wir gerade hatten Was ziemlich sinnlos war Ach komm ich muss die auch mal mitnehmen Vergess dich immer Könnt ihr nicht automatisch mitnehmen? Bevor du dich noch andrücken musst Und so hier haben wir Drei Türen Stürmen wir das Ding Benutzen eine Flash Grenade Hier rein Gehen rein Blocken diese Tür Und blocken Diese Tür Und los geht's Nicht dass wenn die Herumwandern Na das ist ja raum Alter sind das viele Tja ja Ihr könnt nicht mehr reinkommen Das ist verschlossen alles Das ist ja doof für euch So stürmen wir das Ach geh einfach rein Guten Tag Hey mir fehlt doch einer oder? Habe ich einen verloren? Habe ich doch am Anfang vier gehabt Das ist ja doof oder der ist irgendwo anders noch hängen geblieben Oh guck mal der kommt hier gleich schon direkt ne Hat er gehört Der Sack Flash Grenade Gehen wir rein Blocken diese Tür Und blocken diese Tür Und los geht's Ja wo haben wir nämlich auch noch ne Tür Block 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 Come in Ein Klo So Remove blocker Stürmen wir das Ding Flash grenade Und los geht's Come in Stürmen wir Flash grenade Und come in Los geht's Na checkspot habe ich noch nicht so richtig gerafft Wahrscheinlich für jetzt auch noch nicht relevant Wer da oben Hat er schon tot Habe ich tatsächlich einen verloren Ist ja schade Soweit ich das erkennen kann Nein Sword keine Tote Aber ich hatte doch am Anfang vier gehabt Bin ich irgendwo hängen geblieben Difficulty level can be selected on the campaign screen Ja dann gibt mir doch mal ein schweres Aber naja Farben Main menu Campaign Difficulty Default Standardmäßig Okay Ist also standardmäßig Sechs Irgendwann später hier oben Werden die ein bisschen schwieriger werden Hard Default Ja Gut meine Freunde Ich würde sagen Das war es gewesen Mal angespielt Zu Voodoo Bunker Hätte ich mit dem Namen Irgendwie Mit einem Clicker game Vorgestellt Statt Ein Tactical Swat game Wer spielen möchte Der Titel Des Spiels Der Name des Spiels Steht in Videotitel Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Zusehen Bis dahin Ciao Ciao